Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, liebe YouTuber. Ethan Hork M. Blackphone. Läuft jetzt, glaube ich, immer noch im Kino. Kann jetzt vorbestellt werden bei Amazon. Dieser Artikel wird am 8. September 2022... Ja, da wird er rauskommen und jetzt könnt ihr ihn bestellen für 15 Euro. Dann gibt es hier auch noch Conan, der Zerstörer im limitierten Media Book mit Blu-ray. Das Ganze ist vorzubestellen bei Amazon und kostet 39,99 Euro. Und wird am Freitag, den 18. November erscheinen. Schauen wir doch noch mal auf die aktuelle Kalenderwoche 30. Flake Day von Koch Films mit Sean Peen und Dylan Penn. FSK 12. Ich weiß nicht, warum hier ein FSK 16er Flatschen drauf klebt. Ich denke wohl mal, das wird wohl noch rückgängig gemacht werden. Der Film Medium klang jetzt sehr interessant. Der Cinemanuel hat sich den Film ja nochmal angeguckt und hat den Film jetzt auch präsentiert im Media Book. Und hat gesagt, dass der doch noch recht gut sein soll. Medium hatte ich heute auch in der Hand. Beim Media Markt hatte ich aber heute irgendwie keinen Bock, den Film mitzunehmen. Hier in der Sparamare. Ja, Release am 28.07. Dann ein Film von 2020. Pixie mit mir ist nicht zu spaßen. Na, von Koch Films FSK 16. Das Spiel des Killers. Fünf ist die perfekte Zahl. Auch von Koch Films. Ist ziemlich viel von Koch Films. Dr. Strange The Multiverse of Madness. Den habe ich im Kino gesehen von Walt Disney. Nee, ich fand den ganz akzeptabel. Ich kann mit den Marvel Filmen nicht allzu viel anfangen. Durchaus war der Film gut. Das 3D war eher schlecht. Dann hatte ich heute beim Media Markt auch noch Firestarter in der Hand für 14,99 Euro. Ich war recht skeptisch, weil dieser Film im Kino ein reinster Flop war. Ich glaube, da sind die Leute reihenweise nicht reingegangen oder sind auch rausgegangen aus dem Film. Ich habe da dieses Mal einfach mal meine Finger von gelassen von Firestarter. Zu guter Letzt hat Nameless Media ein Media Book rausgebracht. Das erste Mal eine HD Premiere von 8 Millimeter von Cover A bis E mit einer Hardbox Cover. Aber ja, das Ganze ist ungekürzt und ist von Nameless. Vielleicht hat irgendjemand schon eine Auflage von Nameless zu Hause von 8 Millimeter. Und welche könnt ihr mir ja gerne unten reinschreiben in die Kommentare. Und wie das Bildmaster der Blu-Ray so ist. So, das war's mit dem Video. Ich wünsche euch jetzt noch einen entspannten Samstagabend und Tschaui bis zum nächsten Mal.